Musik Hallo, ich bin Kai. Ich bin zurzeit Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglieder, kurz ADF. Und wir stehen im Wahlkampf und über das ganze Jahr für unabhängige, sachorientierte Hochschulpolitik. Wir sind unabhängig von jeglichen Parteien, die es in Deutschland so gibt. Das heißt, bei uns sind Mitglieder aller Parteien dabei, die sich aber dafür einsetzen, dass wir Hochschulpolitik machen, die frei von einem allgemeinpolitischen Mandat ist an der Hochschule. Das heißt, wir setzen uns für alle Belange ein, die für die Studis relevant sind. Das betrifft natürlich auch Bereiche aus der Politik wie Wohnraumproblematik, BAföG, alles darüber hinaus. Und wir setzen uns an der Universität dafür ein, dass der AStA gute Semestertickets aushandelt, gute Beratungsangebote liefert und Veranstaltungen ausrichtet, die für alle Studis interessant und relevant sind. Und wir begreifen uns als eine Gruppe, die serviceorientiert ist. Das heißt, wir wollen auf die Studis hören, hören, was die Bedürfnisse der Studierenden sind. Und dann dabei helfen, dass sich jeder Studi so engagieren kann, wie er möchte, wie er bereit ist, Zeit zu geben. Und wir wollen allen Studis zu einem besseren Studienalltag verhelfen, gute Studienbedingungen schaffen. In der nächsten Legislatur wollen wir natürlich die Arbeit im AStA weiterführen, die wir in den letzten Jahren begonnen und aufgebaut haben. Wir wollen erfolgreiche Projekte weiterführen, wie die Erstsemesterbetreuung, die gerade in diesem Jahr besonders gut gelaufen ist, wo sehr viele Erstsemester betreut wurden. Wir hatten allein am Stand vorne vor der Chipkartenausgabe über 3.500 Beratungen. Und das Projekt hat insgesamt noch deutlich weniger Geld gekostet als im letzten Jahr. Das wollen wir gerne so fortführen. Wir wollen auch gerne die Tickets wieder gut verhandeln. Es hat im vergangenen Jahr zwar Preissteigerungen gegeben, aber die haben sich sehr moderat verhalten. Wenn man sich dazu die Angebote anschaut, die uns die Bahnbetreiber eingereicht haben, dann haben wir da sehr gute Verhandlungen geführt. Wir befinden uns natürlich auch in einem Evaluationsprozess, was die Arbeit im aktuellen Jahr angeht und wollen da nochmal ansetzen an den Punkten und noch weitere Verbesserungen vornehmen. Insgesamt wollen wir an dieser Universität die Wertschätzung von ehrenamtlichem Engagement noch weiter verbessern. Da haben wir zum Beispiel die Gruppe Conquer Babel im Blick, die unglaublich gute Arbeit leisten und denen wir im AStA ganz viele Räume bereitgestellt haben. Wir wollen auch erreichen, dass die Leute, die da wahnsinnig gute Erfahrungen sammeln und auch ihre Fähigkeiten verbessern, dafür langfristig vielleicht auch Credits bekommen. Das ist eines unserer wichtigsten Ziele und das erstreckt sich natürlich auch auf viele weitere studentische Initiativen und Gruppen. Und da sehen wir auch die Uni ganz besonders in der Pflicht, was die Bereitstellung von Räumen angeht. Also das im AStA ist natürlich nur eine Übergangslösung und langfristig muss das Gebäudemanagement einfach bereit sein, da Räume bereitzustellen. Da haben wir auch das LSG im Blick, bei dem wir ja schon bei der Erstellung und bei dem Bau mitgewirkt haben. Und da wollen wir erreichen, dass die Hochschulgruppen und die Initiativen auch da die Möglichkeit bekommen, Räume zu buchen, um da ihr Engagement durchziehen zu können. Und da stehen wir natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement, sowohl über den AStA als auch über den Senat, setzen wir da an und wollen auch im Bereich Barrierefreiheit und Sanierung noch weitere Ziele erreichen. Also wer sich an unserer Uni umschaut, sieht, dass wir noch ganz wenig barrierefreie Zugänge zu den Gebäuden haben. Und da wollen wir zusehen, dass im Senat mittelfrei gemacht werden, um langfristig noch bessere Studierbarkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen zu erreichen. Wir setzen uns auch mit E-Learning auseinander. Das ist ein Bereich, der zurzeit sehr schnell wächst. An anderen Universitäten ist man da schon deutlich weiter mit Online-Modulen und Transfermodulen, die von anderen Universitäten ausgeliehen werden, die man sich dann online anhören und lernen kann. Das wollen wir auch in Göttingen weiter etablieren. Auch Anonymisierung von Prüfungen ist da ein wichtiger Punkt. Es gibt immer noch viel zu viele Prüfungen, wo Name und Matrikelnummer draufgeschrieben werden müssen. Und was uns als letztes noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der Bereich Internationalisierung. Da legen wir einen ganz besonderen Schwerpunkt auf. Die Anerkennungspraxis, da gibt es noch wahnsinnig viele Probleme. Noch immer kriegen nicht alle, die ein Erasmus-Semester machen oder auch in den internationalen Programmen unterwegs sind, alle ihre Module anerkannt, auch wenn sie im Learning Agreement standen, auch wenn sie schon mal anerkannt wurden. Und da wollen wir ansetzen und die Anerkennungspraxis immer weiter verbessern, damit noch mehr Leute ins Ausland gehen können und ihr Studium damit bereichern können. Ich finde, ihr solltet die ADF wählen, weil wir die einzige Gruppe sind, die überparteilich und unabhängig ist und für eine sachorientierte Hochschulpolitik steht. Bei uns findet jeder Studi seinen Platz. Und wir sind eine wahnsinnig heterogene Gruppe und das ist unsere große Stärke, die wir in die akademischen Gremien und in die studentische Selbstverwaltung, in den AStA tragen. Und unsere große Stärke sind die starken Fachschaften, in denen ganz viel gute Arbeit geleistet wird und in denen die Leute ganz viel Erfahrung sammeln, die sie dann in die Gremienarbeit tragen. Und da setzen wir uns gut dafür ein, dass der Studienalltag in Göttingen deutlich besser wird.